Padma Urdhva Mukha Svanasana ist der nach oben schauende Hund im Lotus, mit anderen Worten die Lotus-Kobra. Komme in den Lotus und gib dann die Knie nach hinten und den Bauch auf den Boden, gib die Hände auf den Boden und hebe Bauch und Brust hoch. So schaust du nach oben. Bei Yoga Vidya ist das Padma Bhujangasana und in anderen Traditionen wird es genannt Padma Urdhva Mukha Svanasana, eben der nach oben schauende Hund im Lotus.